Hey Leute, mein Name ist Finch und willkommen zu meiner neuen Serie, was auch gleichzeitig meine erste und auch momentan meine einzigste ist. Das ist die erste Folge aus meiner Serie WGE oder WGI oder WGE und es steht für Worst Games Ever und ist total einfallsreich, wie mir gerade auffällt. In dieser Serie werde ich euch die schlechtesten Spiele, die ich finden kann, zeigen, wobei ich eigentlich gar nicht so viel suchen müsste, muss ja nur mal auf die Internetseite von EA gehen. Auf jeden Fall zeige ich euch in diesem Video das Spiel Ride to Hell Retribution. Laut Steam ist das Spiel das schlechteste Spiel, welches sie in ihrem Store haben. Das Spiel hat einen Metascore von 16. Nur mal so zum Vergleich. Bioshock hat einen Metascore von 96 und Skyrim einen von 94. Steam sagt also, dieses Spiel ist wirklich scheiße. Und nicht nur ein bisschen scheiße, sondern so richtig scheiße. Auch die Reviews der Spieler sind nicht gerade die besten. Ich würde sagen, ich habe alle Gründe geklärt, wieso ich dieses Spiel nicht spielen sollte. Na dann, legen wir los. Nachdem ich jetzt das dritte Mal versucht habe, dieses Spiel überhaupt erstmal zum Laufen zu bringen und ich festgestellt habe, dass die Auflösung für den Arsch ist, wollte ich in die Optionen gehen und normalerweise irgendwann das einstellen. Hier gibt es auch den Unterpunkt Video und es steht sogar, passe die Grafikeinstellungen des Spiels an. Oh Gott, helligkeit, 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 Untertitel, Fullscreen, was war's? Das sind keine und das ist nicht mehr übersetzt worden. Es ist keine Grafikeinstellung da. Also, dieses Spiel hat mich jetzt schon ziemlich enttäuscht. Sonntags fahrt er bis der Fall, gell? Was ist das Scheiße, ich will jetzt einfach starten? Aber ich habe jetzt schon keinen Bock, dieses Spiel zu spielen. Also, dieses Spiel ist vom August 2012, glaube ich. Ähm. Was zum... Was? Was für fehlgeschlagen! Was für letzter Checkpoint! Wo war dein Checkpoint? Ja, ist gut, überspringen den Kack. Das dauert eh nur drei Sekunden, das ist total unnötig. Das ist auch gleich mit der... Das ist... Das ist auch gleich damit anfangen. Da... Ja, wenigstens slow-mo, sagst du. Was war das jetzt? Schaut, wie die KI. Boah, geil. Wie? Ich würde euch keine Verlinderzeit im Obdüten hier eigentlich denken. Ja, ich weiß. Also, ich weiß es nicht, aber es ist mir egal. Ja, jetzt ist der nächste Typ. Mein Fahle, verrecken die Steuerungsverarsch. Wie halten denn die aus? Was ist denn? Die sehen aus wie die Figuren aus dem Fortress? Ah ja. Ja, ja, klar. Das macht Sinn. Ja, das auch. Genau. Ne. Ja. Voll geil. Ich hab jetzt noch niemand gesprochen. Jetzt ein Fick-Time-Event. Was? Boah, diese Emotionen. Kriegt euch diese Emotionen neu. Intrubution. Dead End. So ein Toten. Bitte, lass mich den abschließen. Das wäre so... ...klischeehaft. ...klischeehaft. Mech. Okay. Okay. Hm. Okay. Oh, you look like shit, Jake. Yeah, I feel like shit. Welcome, old boy. Where's Mikey? Feels like forever since I've seen you guys. I almost forgot what you look like. Back in the house. It's not hard, the emotions and the mimics are not just great in the game. He even had a name. That's very good. And he has the same jacket as I. And the same hair. Is he fucking sick? Damn, Mikey. God. Mack wasn't kidding. You've gotten to be one-time sack of shit. That's crazy. Mikey, the brother. Ah, shut up. Ach, deswegen die gleiche Norde und die Schlacke. Der sieht ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt drauf gekommen bin. Und sie schauen sich einen Absperr an. Aber wenn die Steuerung genauso beschissen ist wie die eine, die ich bis jetzt erst gesehen habe, dann ist sie mir scheiße. Ach komm, kann ich nicht mal lenken? Wie denke ich? Ich denke es nicht, die haben... Nein. Nein. Im Himmel. Ja, er entkommt. Lass mich lenken. Was zum Fick? Wie lenke ich? Gott! Was zum Fick? Oh, kein Kratzi. Die ist so unnötig. Jetzt! Das hat gebackt! Ich konnte nicht lenken. Was war denn der Kack? Ah, da. Boah, geil. Boah. Wow. Und nochmal. Egal, ich habe ein Messer gefunden. Woawa. Wieso ist die ganze Stadt eine Baustelle? Oder eine Straße zumindest? Bah, krieg ich. Aber der Fick-Terminand macht mich nicht meinen Burger-Kauf. Gott, wär das geil. You know how to learn, Donny. Die andere böse Crew. Er hat eine Kette dort. Schrei. Oh, 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 ich hab' dein Bösen-Troßes. Looks like you've been summoned, boy. We're going home now. Hey, stop! Hat er denn nicht erschossen? Was? Ich hab das nicht verstanden. Hm, der nuschelt. Warte, wieso hat er jetzt kein Bike mehr? Danke, dass ich so viel fahren durfte. Kann er jetzt wenigstens schießen oder irgendwas? Was macht der? Au! Kommt der jetzt her? Oh, der war die gleiche Animation. Und trotzdem. Ja, ich weiß, wie man beschleunigt. Das Spiel hat mir immer noch nicht gesagt, wie man denkt übrigens. Oh, oh. Da war das klein. Oh, das ist nicht extrem. Oh Gott. Oh. Boah. Sammelkarten-Sets um neue Bike-Teile freizuschalten. Sieh, ich kann mein Bike modifizieren und wir haben die uns jetzt gefangen. Ich Facebook werde. Wow... Wieso? Time to put that fucking piece down, Cowboy. It's gonna be okay, Mikey. That gun's getting a bit heavy for you, wouldn't you say? Gib dem fetten Mann seine Gewehr wieder zurück. It would be nice to know who you are, too. It's nobody's. It's just a jacket. Look, lad. This is the part where you beg for your life. Do you understand? He's just a kid. It seems like we're reaching an understanding here. So many emotions. Let me put it play. Retribution should be dead and buried. Hey, you don't tell me where you got this jacket. The same thing will happen to this child. Lost chancelata. Tell him. Jake. Please, tell him. It's our dads, okay? It's our fucking dads. And who might your father be? William Conway. Toledo Conway? Ah, he's called Toledo. Wait, wait, wait. Let's roll the fuck out of Dodge. Finish him! They have a gun. Oh, cool. I forgot that. Hahaha. Ah, God. Ah, God. Nein. Ahh. Would I have remained? No. Oh, there is a man again. wieder was du wie hey you're gonna want to die you ain't even that bullet well it's nothing Mikey's gone Ich glaube hier die Story nicht. Also die Story an sich schon, aber diese Sprünge nicht. Die geben keinen Sinn.